Dieser Nissan Qashqai steht hier zum Verkauf. 5 Personen haben in diesem großen, violetten, 5-thürigen, SUV Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 45.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2010. Der SUV besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Anhängerkupplung, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Tempomat und vieles mehr. Der Benziner überträgt eine Leistung von 114 PS auf ein Schaltgetriebe. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. BAPI BAPI Anige BAPI oder Moment. Untertitelung des ZDF für funk, 2017